Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bobinger Audio Test Video. Ich wollte jetzt hier mal testen, ob das mit dem Mikrofon jetzt auch von der Lautstärke und ohne Rauschen her besser ist, wenn ich hier auch mal so ein bisschen was zusammen bastel. So, gucken wir mal nach dem Preset. So, gucken wir mal nach. Boom! Nur mal so als Test. Mal gucken ob ich hier drüber reden kann. So, gucken wir doch mal nach einer neuen Clap hier. Ja, ich will mich hier an der Stelle mal kurz ein bisschen entschuldigen für das andere Testvideo mit der leisen Stimme. Ich hoffe das ist jetzt hier so besser. Alles immer nicht so einfach das einzustellen. Da muss man erstmal wieder gucken, dass das auch alles richtig ist. So, wie haben wir das gemacht? Hollywood. Ich werde da jetzt reichern. Ach ne, ah, schon gar nicht so dumm. Ich hab... Komm, da hat's abgesch... Ja... So. So. Haben wir ja das schon mal. Dann Polymer. Da haben wir uns ja noch gar nicht die anderen... Und dann... Ja... So. Ja, Triangle Wave. Schauen wir mal. Ja... Ja... Klingt doch schon mehr danach. Das sieht jetzt... Okay... Ja... Da haben wir hier einen Pitch aus. Guck gerade, ob sie ja... Mysterious... Ja... Jetzt so ein... Help-Window hier... Ja... 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 Jetzt so ein... Help-Window hier... Ja... 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 Ah, hier ist der Steil. Ah... Ohne... So, jetzt haben wir einen richtig schönen breiten Sinti. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. So, dann zeige ich euch mal ein Trick, was ich hier gerne mache, dann nehme ich ein Trick, was ich hier gerne mache. Okay. Okay. So, dann geht's. Und das modulieren wir jetzt noch ein bisschen. Und das modulieren wir jetzt noch ein bisschen. Und das modulieren wir jetzt noch ein bisschen. Das modulieren wir jetzt noch ein bisschen. Und wenn wir jetzt hier in den TankFX was reinbauen, dann haben wir hier im Prinzip... Check... Check... Algorithmus von ihm... Check... 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 Amen. 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 So, jetzt sollte das nicht mehr klippen. Also, wenn mir hier einer erklären kann, warum die beiden Farben A und B umgetauscht sind, dann, ja, keine Ahnung, kriegt er ein Shoutout von mir. Also, das habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden, was der Quatsch irgendwie soll. Genauso, warum ich jetzt, wenn ich die alle drei auswähle, die nur von hier aus irgendwie gleichzeitig ändern kann und nicht hier über die einzelnen Fader. Das wäre auch noch mal ganz nett. Wenn das sich demnächst irgendwie fließe, wie in anderen DAWs auch. Also, die meisten, die ich kenne, deswegen wundert mich, dass das hier nicht möglich ist. Ja. So, na, bauen wir doch mal ein bisschen weiter. Was finden wir denn hier? Ich mache mal die Clap aus. Dann können wir ja hier noch schnelles. Und dann können wir ja hier noch mal ein bisschen weiter. Ich mache mal das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ei, ei, ei. Autisten. Entschuldigung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja das ist auch schon mal ein ganz schöner anfang und damit mache ich jetzt für heute Schluss und wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis dann!